Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge BULS Simulator hier auf ÖPNV Simulation mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge haben wir ja nun mal unsere ersten Missionsziel jetzt doch mal endlich erfüllt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Und jetzt haben wir in der letzten Folge dann noch die drei anderen Linien hinzugefügt und die werden wir jetzt wohl abfahren jetzt diese Woche. Von daher würde ich jetzt sagen, wir quatschen gar nicht mehr so lange. Wir legen direkt los. Wir können ja denn während der Tour uns ein wenig unterhalten. Ich schaue mal ganz kurz. Wir haben hier allerdings kein Fahrrad drauf. Für mich ist es nicht alles täuscht. Also doch, hier haben wir einen Fahrrad drauf. Das ist die erste Linie. Das ist die zweite und die müssen wir jetzt abfahren. Jetzt müssen wir natürlich wieder darauf achten. Ja, welcher Fahrrad fährt denn jetzt nun was? Von daher werden wir mal ganz kurz gucken. Er fährt den... Ich würde mal sagen, dass er einen anderen Bus nämlich bekommt. Und zwar nehmen wir mal den hier raus. Dann wissen wir ja ganz genau, dass wir den Setra zum Beispiel hier nicht nehmen können. Wir nehmen uns nur die beiden Zitarus K, würde ich sagen. Das sollte eigentlich passen im Großen und Ganzen. So, von daher können wir das jetzt beauftragen hier. Schließen das Ganze und werden uns mal die zweite Linie auswählen, die wir uns hier zusammen gebastelt haben. Wir werden mal tags fahren, Schnellstart an. Selbstverständlich. Loop-Rundfahrt-Modus. Das funktioniert hier alles. Too early-Event aktivieren. Fahrkartenverkauf, keine Ahnung. Realistisch, das haut hier alles hin. Aber ich würde gerne hier mit dem hinten unserem ganz normalen Zitaro fahren. Ja, also was war jetzt? Ich war ja nun auf der TGX hier 2019 hier in Berlin und da war ja Astragon zu Besuch. Und wir haben uns dort mal direkt mal so ein bisschen, ja, uns mit dem Community Manager unterhalten von Astragon und konnten uns dementsprechend mal so ein bisschen, ja, uns so ein bisschen unterhalten über den neuen DLC, überkommene Updates und sowas. Wer jetzt gestern zum Beispiel die News nicht gesehen hat. Also jetzt, kommende Woche soll es wohl so weit sein, dass es eventuell einen neuen Patch gibt. Wenn alles gut geht, Microsoft und Sony dementsprechend jetzt schnell reagieren, dann sollte ein, wie gesagt, Patch erscheinen. Und wird das natürlich die Performance angeht. Hier noch ganz interessant, gerade für Besitzer der Playstation 4 Pro und der Xbox One X, die kriegen noch eine extra Einstellungsmöglichkeit. Hier kann man dann dementsprechend, ja, entscheiden, ob man mehr Performance haben möchte oder ob man das Ganze Grafik besser haben möchte. Wie gesagt, das liegt dann bei jedem selbst, denn wie er das Ganze denn handhaben möchte. Die Funktion ist aber nur für Besitzer der Xbox One X und Playstation 4 Pro-Besitzer. Ja, sonst, äh, natürlich konnte man auf der Messe auch den neuen DLC anspielen. Also, den Karten-Editor, äh, nicht Karten-Editor, mein Gott, was erzähle ich denn hier? Ähm, die Karten-Erweiterung, so, genau. Die konnte man dort anspielen und konnte das Ganze dementsprechend testen. Funktionierte teils echt gut, muss ich sagen. Also, dafür, dass es halt, äh, noch, ja, scheinbar, ähm, wohl noch lange nicht fertig sein soll, lief das Ganze schon recht rund. Aber, Astragon meinte, sie wollen erstmal, dass der Bus-Simulator auf allen Konsolen top läuft, ja, dass man hier jetzt keine großen Frame-Drops mehr drin hat oder sowas. Ja, also, sie wollen, dass das Ganze jetzt überall läuft, bevor sie irgendwelche DLCs veröffentlichen. Ich selbst muss sagen, für den Schritt eigentlich komplett in Ordnung, dass sie das sagen. Ja, es macht wenig Sinn für die meisten, wenn sie das Ganze dann eh nicht spielen können. Ja, das, von daher sagt man so, wir warten, wir machen jetzt erstmal die ganze Update-Geschichte und dann hauen wir die ganzen DLCs raus. Interessant war dann auch gewesen, dass wohl weitere DLCs geplant sind, die es auch so für den PC zum Beispiel gar nicht gibt. Also, können wir hier abwarten, was uns hier noch eventuell erwartet. Weitere Bus-Pakete, ja, weitere DLCs vielleicht so, was den Innenraum spezifisch betrifft. Also, hier kann das Ganze schon wieder ein bisschen interessant werden in Zukunft, was so, ja, mit dem Bus-Simulator auf uns wartet. Ich werde euch natürlich da dementsprechend auf den folgenden oder auf dem Laufenden halten, weil ich selbst habe da schon mega Bock drauf. Wie gesagt, dadurch, dass ich den ja nicht groß auf dem PC gespielt habe, ist es doch schon mal was Interessantes, das Ganze mal jetzt hier auf einer Konsole zu spielen. Das habe ich dem Community-Manager auch gesagt gehabt, dass ich das eigentlich eine relativ coole Sache finde, was die hier gerade so auf die Beine stellen. Klar, Startschwierigkeiten hat jedes Unternehmen immer mal wieder, gerade bei den Simulatoren ist es halt immer so, dass da halt ein bisschen weniger Geld reinfließt in diese Entwicklung. Und man sich damit ein bisschen unterschätzt, würde ich eher sagen, weil es da halt doch schon mal ein Ticken was anderes ist, als wenn du das Ganze auf dem PC portierst. Aber ich das persönlich ziemlich cool finde, dass hier sich ein Entwickler hinsetzt und sagt, so, pass auf, wir wollen einen Bus-Simulator auf einer Konsole haben. Und damit stehen sie hier alleine. Wenn die das Ganze jetzt richtig gut anstellen, dann könnte aus dem Bus-Simulator tatsächlich was Gutes werden. Und so, wie ich es jetzt rausgehört hatte, er hat es jetzt nicht direkt gesagt, der Community-Manager, war er doch eigentlich relativ zufrieden gewesen, so mit dem Ganzen, ja, wie man das Ganze so findet. So, warte mal. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Aber es ist immer wieder schön oder interessant zu sehen, denn, ja, dass dann halt sich dann da jüngere Erwachsene tatsächlich heransetzen, ähm, die dann halt auch mal selbst Hand anlegen an den Bus-Simulator. Der Messe war es jetzt schon so gewesen, äh, ja, dass die Leute dann da dran saßen, die neuen Bus-Simulator, also die DEC gespielt haben hier, und nicht wussten, was sie tatsächlich teilweise machen sollten, kam zum Beispiel auch sowas wie, da hört jemand zu laut Musik, ja, was soll ich machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte das jetzt nicht, äh, erläutern groß, weil sonst heißt es, da, guck mal, da ist ein Nerd oder sowas, ja. Von daher habe ich es mir denn lieber sein gelassen, sollen sie selber rausfinden, ja. Und, ja, aber ich fand es halt immer wieder schön, dass das Ganze denn dementsprechend immer noch doch beliebt ist. Also, dass sich auch die jüngere Generation nicht wegdenken lässt, mehr vielleicht so von Summationsspielen. Und ganz ehrlich, was hatten wir denn außer den Landwirtschaftssimulator sonst noch für Simulatoren? Das ist schon echt wenig. Von daher finde ich das schon ziemlich cool, dass Astragon da jetzt, äh, dran ist und, äh, damit mischt. Ich glaube auch, dass das Ganze für die Konsole besser ist, als wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Omsi hier portierst oder sowas, ja, für die Playstation oder Xbox. Tja, dafür kann ich nichts. Oh, wir haben die Haltestelle. Oh, wir haben die Haltestelle verpasst. War da eine Haltestelle? Warst du gestern auf dem Konzert im Alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafen. Furchtbar. Ah, sind wir wieder die Querstraße zu früh reingefahren. Jetzt müssen wir hier gucken. Das war uns ja schon wieder fast beeilen hier. Ja, aber soweit erst mal, wie gesagt, zu den ganzen DLCs. Also alle DLCs, die es hier jetzt so für, äh, ja, den PC gibt, die wird das auch zukünftig denn für die Konsolen geben. Und, äh, aber es kommen dann halt wohl noch weitere dazu. Also das ist so das, was ich auf jeden Fall rausholen konnte. Äh, so aus Gesprächsstoffen, so. Wir haben uns natürlich ein bisschen mehr unterhalten, so, was gerade so die Technik so angeht, ja, innerhalb der Entwicklung zum Beispiel. Ähm, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Ja, und sonst konnte man halt bei Astragon halt, äh, ja, sehen, wie zum Beispiel noch den Transom World mal da gewesen. Wir konnten uns, äh, ja, Fishing Barren Seas angucken. Und der Bus, nee, nicht der Bussimulator, sondern der Bausimulator 2 für die Nintendo Switch direkt vorbestellt. Mal gucken, äh, ob ich mir das mal dann mal angucken werde. Vielleicht dann auf Twitch oder so. Mal schauen. Passt ja hier nicht so direkt auf den Kanal rauf. So, hier haben wir denn jemanden wieder. Ähm, die Fahrkarte. Einmal Tag, bitte. Tag, Student, drücken. So, 4,60 Euro. Uh, die Haltestelle ist nicht optimal gesetzt hier. Was ist das Problem halt, ne? Weil wir sollten ja unbedingt zwei Haltestellen hier irgendwie... Ah, guck mal hier, die Busse sind ein bisschen, äh, die LKWs stehen ein bisschen tief hier in der Erde drin. Ja, glitschen da so ein bisschen durch. Es kam die Frage, äh, die möchte ich hier gerne im Video beantworten. Ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das Ganze... Ich versuche halt immer zu schreiben, aber manchmal, wisst ihr ja selber, wie das ist, dann liest man das, dann legt man sich da was irgendwie parat und dann, ja, vergisst man es, was man da drauf antworten wollte. Ähm, weitere Simulatoren hier auf der Konsolen natürlich, ist natürlich eine schwierige Sache. Jetzt kam die Frage, na, wie sieht es denn mit dem LKW-Simulator aus, der hier jetzt hier erschienen ist? Ich selbst kann von abraten, ich weiß, der Entwickler, wer dahinter steckt, der ist jetzt so ein, ja, so ein, ich sag mal jetzt No-Name, ja. Also die haben zwar bereits schon für den PC schon einige Spiele gebracht, ich glaube, das Sodesco war das Ganze ja gewesen. Und die liefern eigentlich nur mittelmäßige Qualität ab. Also wenn ihr eine andere Simulation sucht, dann kann ich euch hier absolut Transom World noch ans Herz legen. Transom World ist auch noch eine Simulation, die kann sich mehr als sehen lassen, auf dem PC, als wie auch auf den Konsolen, sieht das natürlich absolut Hammer aus. Spielt sich super mit dem Controller. Also von da muss ich sagen, wenn ihr eine weitere Simulation sucht, dann sollte Transom World für euch noch ganz gut kommen. Ich habe mir überlegt, ob ich hier noch irgendwie mal ein Video dazu mache. Das Problem ist, Spiele immer doppelt kaufen, ist immer so eine Sache. Entwickler an sich wird uns da nicht groß supporten. Und da muss man halt mal gucken, wie man es denn macht denn, wie man da an das Spiel rankommt. Meistens ist es dann immer in der Regel so, dass ich das Ganze denn halt mit meinem Bruder zum Beispiel zusammen mache oder sowas. Ein bisschen Shared-Technisch sowas. In dem News-Video übrigens habe ich euch zum Beispiel auch schon die Karten-Erweiterung gezeigt. Das Video geht um die 17 Minuten oder sowas. Da fahren wir zum Beispiel durch das neue Gebiet durch. Fahren am Flughafen lang, fahren durch haufenweise Felder. Sonnenberg, glaube ich, hieß der Ort, der zum Beispiel noch mit bei ist. Fahren wir lang. Also, wenn ihr da mal gucken wollt, schaut in den News vorbei. Da habt ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Ganze als anschauen. Allerdings, wie gesagt, vom PC aufgenommen. Und bevor ich es vergesse, vielleicht Freitag anzusagen, wir werden am Samstag ein Livestream machen mit dem Bus-Simulator hier auf der Playstation 4. Wenn wir den Bus-Simulator streamen, damit wir ein bisschen schneller, langsamer vorankommen hier, ist ja nun mal schon so, dass wir ein bisschen hinterher hingen hier. Es dauert alles schon seine Zeit. Gerade wenn du manchmal nicht weißt, was du machen sollst. Von daher gibt es am Samstagabend, ich denke mal so 19, 20 Uhr, einen Livestream mit dem Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Also, wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann freue ich mich natürlich über jeden Einzelnen, der da vorbeischaut und mal Hallo sagt. Manchmal hilft Hupen. Echt? Wo denn? Da ja, aber das ist doch nicht auf der Straße. Das ist ja auch... Mit deinem Zaun, das geht in Ordnung. Was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Oh, sieh dir das. Ist das nicht wunderschön? Oh, genau. Wir müssen, wenn denn... Manchmal sieht man das echt nicht gut auf der Mini-Karte. Da ist natürlich die große Karte von Vorteil. Allerdings, um Performance zu sparen, sollte man alles abschalten. Aber dann passiert natürlich auch sowas drin, dass man sich so ein bisschen verfährt. So, das war's schon. Das war unsere letzte Haltestelle. Ja, tschüss. 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 So, jemand hinterließ Müll. Schande. Jetzt haben wir alles. So. So. So, wir sind Level 13 mittlerweile. So. In der nächsten Folge machen wir weiter. Wir werden die nächste Route abfahren und den ersten Fahrer wieder einstellen, damit wir jetzt so langsam aber sicher das Ganze abhaken können. Also unbedingt bei der nächsten Folge wieder dabei sein, wenn es weitergeht hier mit dem Bus Simulator hier auf ÖPNV Simulation. Ich verabschiede mich hier. Bedanke mich. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.